Schwarzenbach am Wald ist eine Stadt im oberfränkischen Landkreis Hof. Geografie Schwarzenbach am Wald liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung am Fuße des Döbrabergs im Naturpark Frankenwald. Die Stadt ist in 41 Stadtteile eingeteilt. Geschichte Die erste urkundliche Erwähnung von Schwarzenbach datiert vom 14. Dezember 1388. Im Mittelalter gab es dort Eisen- und Kupferbergbau. Die Freiherren von Reizenstein hatten dort ein Rittergut. Schwarzenbach besaß wichtige magistratische Eigenrechte. Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Gemeinde. Die Erhebung des Marktes Schwarzenbach am Wald zur Stadt erfolgte am 28. April 1954. Eingemeindungen am 1. April 1971 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Löhmau eingegliedert. Am 1. Januar 1972 kam Meierhof hinzu. Am 1. Mai 1978 folgten Bernstein am Wald Döbra, Schwarzenstein und Straßdorf mit dem am 1. April 1971 eingegliederten Ort räumlass. Politik Der Stadtrat hat 20 Mitglieder, welche sich nach der Kommunalwahl am 16. März 2014 wie nach der vorigen Wahl 2008 auf zwei Fraktionsgemeinschaften verteilen. CSU überparteiliche Heimatliste 12 Sitze, SPD Freie Wählergemeinschaft 8 Sitze. Erster Bürgermeister ist seit 2002 Dieter Frank. Er wurde bei der Kommunalwahl 2014 mit 96% der gültigen Stimmen im Amt bestätigt. Er gehört QA-Amt ebenfalls dem Stadtrat an. Kultur und Sehenswürdigkeiten Hauptartikel Auf dem Ortsfriedhof erinnern sieben Grabstätten mit Gedenkstein an umgekommene KZ-Häftlinge und Opfer von Zwangsarbeit in der Zeit der NS-Gewaltherrschaft. Wirtschaft und Infrastruktur Schwarzenbach am Wald liegt an der Bundesstraße B173. Außerdem ist die Stadt an das Streckennetz der Regionalbus Ostbayern RBO mit Verbindungen nach Kronach, Neyla und Hof angeschlossen. Sonntags verbindet der BEX-Bus die Stadt mit Berlin. In den Sommermonaten bestehen an den Wochenenden zusätzliche Busverbindungen mit den Fahrradbussen der RUVF. Ansässige Unternehmen Deuterwerke seit 100 Jahren Präzisionsdreh- und Frästeile für Automotivbahn und Industrie. Sägewerk Ströhler seit über 340 Jahren. Leckressmodelle Kressen Thünling Textilmaschinen Baufirma Knoll Rehau REVEX-Initiativzentrum Gewerbezentrum am Ortseingang mit verschiedenen Gewerken REVEX Flex Internationaler Vertrieb und Entwicklung von Doppelpedalen für Fahrschulen REVEX Caremobile Lösungen für Menschen mit Behinderung REVEX iBox Werbung, Design, Print, Sport und Freizeit Sportstätten Städtisches Hallenbad Städtischer Skilift Skilift des Wintersportvereins DIV Mountainbike Strecken Söhne und Töchter der Stadt Philipp Wolfrum Komponist und Organist Wilhelm Kopf Diplomat im Dritten Reich und später der Bundesrepublik Deutschland Matthias Herdegen Direktor des Instituts für Öffentliches Recht sowie Direktor am Institut für Völkerrecht der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn Jungs 1 2 3